So, wir haben jetzt hier den zentralen Campus verlassen und befinden uns hier am AStA-Gebäude. Der AStA ist der allgemeine Studierendenausschuss der Universität. Das bedeutet, das ist unsere offizielle Studierendenvertretung für alle Studis aller Fächer sozusagen. Der AStA wird jedes Jahr im Januar neu gewählt. Dort finden an der ganzen Universität Hochschulwahlen statt, wo dann verschiedene Gremien gewählt werden, zum Beispiel auch das Studierendenparlament. Und aus dem Studierendenparlament bildet sich dann im Laufe der ersten Sitzung ein AStA. Der AStA hat die Aufgabe, seine Studierenden zu vertreten. Beispielsweise macht er Veranstaltungen, staltet sich mit Professoren und Gremien herum für bessere Studienbedingungen, macht allerdings auch Sozialberatung, eine Rechtsberatung und im Keller gibt es seit neuestem wieder eine Fahrradwerkstatt, wo ihr mit eigenen Mitteln, also do-it-yourself, euer Fahrrad reparieren könnt und das halt zu sehr, sehr günstigen Preisen sozusagen oder mit günstigen Mitteln sozusagen genau.